Na, Angie? Hi! Wie geht's dir so? Super! Solo heute? Mhm. Hi, Angie! Oh, sorry. Wie kommst denn du hierher? Gut, dass ich dich treffe. Eine Pommes, gut weiß. Ich hab nämlich morgen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Hey, dein Pommes! Hey, warte doch mal! Ja, erst wollte ich eine Party machen. Aber meine Alten. Aber morgen geb ich einem Wester da aus. Ich meine, wenn du Lust hast, kannst du...